Oh, nice. Oh, guck mal, ist das Lia? Lia! Oh mein Gott! Hi Leute, ich bin Ava, willkommen bei all das Ava Game heute mal dabei. Hello! Und heute sind wir mal Celebrities. In Brookhaven. Aber bevor wir anfangen und ihr herausfindet, welche Celebrities wir sind, grüßen wir erstmal zwei von euch aus unserer Hashtag Club Ava Roblox Gruppe. Yay! Erste Shoutout geht an Amber. Hallihallo Amber, muah. Und noch ein Shoutout geht an Mira. Hallihallo Mira, muah. Und wir zeigen euch noch schnell unseren Summer Merch. Wir haben jetzt wie gesagt Summer Merch als Dankeschön für 100.000 Abonnenten. Und wir hatten euch versprochen, wir verlosen einen Shadow Dragon auf Adopt Me oder in Adopt Me. Das müssen wir auch unbedingt noch machen. Wir haben es nicht vergessen. Das Video kommt noch. Wir sind nur am überlegen, wie wir das am besten machen. Willst du mal verraten, wer wir heute sind? Also, erstens sind wir jetzt erstmal Charli D'Amelio. Wow, aber du siehst mal ganz ehrlich aus wie Ava und nicht wie Charli D'Amelio. Außer, dass du ihn echt nicht so schielst. Zum Glück. Wie wirst du zu Charli? Zeig mal. Hier siehst du Charli. Wir blenden euch dann auch noch ein paar Bilder ein. Auf jeden Fall hat sie schulterlange Haare etwa bis hierhin. Ganz dunkle. Ja, das sieht so aus wie sie. Sie sieht gut aus. Genau, sie hat braune Augen. Ich finde, das passt gut. Die lacht auch immer viel. So, wie ziehen wir sie an? Sie hat bestimmt kein Ava Merch an, auch wenn es schön wäre. Sie liebt Dunkin Donuts. Guck mal, ob wir ein Dunkin Donuts Outfit finden. Okay, gut. Okay, das ist in Ordnung. Aber sie braucht noch irgendein Heißgetränk oder Kaltgetränk. Die hat immer irgendwas in der Hand. Wir sind für dieses Ticktimer. Ich bin jetzt die Mama von einem same-as-Ticktimer. Ich hoffe, deinen Zähnen passiert nichts, weil deine Zahnspange war damals sehr teuer. Guck bitte, wenn du über die Straße gehst und nicht immer nur in dein Handy starren. Okay. Wir werden jetzt hoverboarden. Wir machen jetzt alle Ticktimer. Oh nein. Diesen Burglern. Oh, das wäre gut aufzunehmen. Ja, ja, ja. Oh nein, die hat uns gesehen. Vielleicht will sie doch mit dir einen TikTok machen. Geh mal rein, geh mal rein. Ansonsten kannst du sie immer noch bei der Polizei melden und so tun. TikTok? Ei. Ja, genau. Sie will scheinbar nicht mit dir reden. Vielleicht findest du jemanden Interessanteren. Ei. Nicht der Mie. Fast wärst du überhaupt aufgefahren worden von dem Typ. Ei, ei. Was hat deine Mama dir vorhin gesagt? Das muss ich filmen. Hey. Guck, wo du über die Straße gehst. Die sehen sehr cool aus. Hüpf doch mal drauf. Nee, da ist kein Platz. Ah. Echt mal. Hi. Oh, da ist die Schule. Ich weiß schon, ob ich TikTok schulen kann. Der neue Trend. Oh, da steht auch der Schulbus. Da ist jemand. Hi. Hi, weißt du nicht, wer sie ist. Ah. Der fährt mich. Ah. Jetzt fährt der Schulbus einfach weg. Was soll das? Ich meine, ich hol mir jetzt eine BFF. Hallo, irgendjemand da. Hallo. Oh, nicht bei den Lubs. Hallo, irgendjemand. Nein. Ava, du musst vorhin gehen, wo auch Leute sind. Die Schule ist doch der interessanteste Platz der Welt. Dir ist Corona auch nicht gut bekommen. Huh. Da am Square sind Leute. Guck mal. Da, no. Was soll das denn heißen? No. No. Was? No. 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 Okay, gut. So, mal schauen. Wir werden jetzt Leute finden und Reaktionen finden. Hallo. Oh nein, da ist wieder Robin. Oh, setz dich mal zu den Mädchen. Oh, das ist weg. Wo hat die ihr Diebesgut? Ich weiß es nicht. Wo hat die ihr Diebesgut? Oh mein Gott. Ich muss, dass die Party musste bei der Popo anmelden. Dass keine Leute da sind oder dass die was geklaut hat? Nein, 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 dass die was geklaut hat. Hallo, Popo, Popo. Ich dachte schon, es ist jetzt strafbar, dass hier keine Leute sind. Die armen Leute sind noch gar nichts gemacht, außer nicht da zu sein. Oh, die sieht aus wie ich. Hi. Au, au, au. Was ist mit dir passiert? Oh nein, was ist passiert? Die Arme. Schreibt sie was? Ich geh mal dann. Ich glaube, dass sie noch über dich drüber fährt oder so. Sag doch mal, vielleicht kannst du ja mal bei jemandem kingeln und fragen, ob der dich reinlässt. Ja. Oh nein, das war bestimmt. Guck mal, Bangalore ist mit dem Setup. Vielleicht war das Bürgler-Mädchen. Die ist jetzt noch ein Dieb. Egal, schnell weit weg nicht, dass die Polizei dich noch verhaftet. Da oben sind schöne Häuser. Ja, und da sind zwei Haunted Häuser. Okay. Ja, wir nehmen doch mal. Wir nehmen das mit pinkem Licht. Ja, ha. Was ist eine Coinkedink? Coinkedink. Coinzidenz. Was ist ein Zufall? Ich sag immer Coinkedinken. Oh, da, guck mal. Das ist noch ein kleines Mädchen. Die sieht aus wie ein Rainbow. Okay. Das hätte ich Tic-Tac gemacht. Oh, du schingelt auf. Ganz einfach rein. Oh, jetzt bist du im Sarg. Bist du tot? Ich bin doch famous. Ich bin so ein Pace. Oh. Oh. Oh, guck mal. Oh. Ist das Lia? Lia! Oh mein Gott! Oh, ich habe außerdem zu wenige E's gemacht. Alles gut. Oh, lauf hier mal hinterher. Oh, wir sind die. Ja, da, die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Lia, mach mit uns ein Video. Bitte, wo bist du? Lia. Lia. Oh, komm. Charlie will mit dir spielen. Oh, das klingt voll creepy. Charlie, ey. Oh, die hat mir doch nicht mehr gesehen. Oh, die hat mir doch nicht mehr gesehen. Hi, ich bin kein Stocker. Hi, hi. Ist das alles, was du schreiben kannst? Hi, hi. Hi, hi. Ah, die hat mich eingeschlossen. Oh, und schnell weg. Und jetzt darf ich schon weiter. Ich darf es nicht nett. So, wenn sie nicht will, lass sie. Da ist das Grünste aus. Jetzt lange wir Doritos essen. Blach! Ah! Ich schaue niemals dieses TikTok nach zum 3 ohne deine Mama. Oder prinzipiell. Ah, ein floatendes Handy. Die sind Vampire. Ah! Geh mal rein. Geh mal rein. Vielleicht wollen wir dich fressen. TikTok. Ah! Ich wusste gar nicht, dass Charlie so ein aufmerkendes Leben hat. Oh, nein, da hat sie hinterher. Grrrr! Ah! Ich hab mal eine Rene geklaut. Ah! Der verfolgt mich. Ah! Oh Gott, Charlie. Ich wusste ja, dass Charlie ein aufregendes Leben hat. Aber dass es so aufregend ist. Oh, Hoverboy. Oh, dann kannst du aber nicht mehr aufnehmen. Doch, ich werde weiter TikTok. Ich bin nicht du. Ich bin nicht du. Ich bin nur lebensmüde. Kannst du mal dein Bankaccount checken, wie viel Geld du denn so als Charlie verdient hast? Ja. Ich mein, ich hab jetzt schon ganz viele Videos gepostet. TikToks. Du hast die Polizei. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ja. Wann mal, stopp. Hüpf mal rein. Hüpf mal ins Auto. Du musstest den mitteilen mit den Vampiren. Hey! Oh, wo ist die Polizei? Oh, das hier ist die Polizei. Oh, Polizei. Popo. Wir hören einfach so. Ja, das ist nicht so. Oh, nein. Oh, ich finde. Guck mal, jemand hat deine Haare. Das muss ich TikToken. Und ich stehe da immer noch rum und warte auf dich. Ja. Ja, so ist das. Wie viel Geld habt ihr? Ach so, ja. Guck mal, soll ich euch den Heck zeigen, wie man Geld bekommt? Ja. Gilt auch im echten Leben. Also, erst mal nehmt ihr eure Kreditkarte. Demnächst steht hier auch die Popo-Polizei, wenn du das so machst. Also, einfach rein, so, ja, drückt ein paar Knöpfe und dann, boom, kommt Geld raus. Also, so einfach kommt das Geld schon raus, aber so einfach verdient man das Geld nicht. Wie läuft es? Wie läuft es? Hier, jetzt hier, kannst du mir mal zeigen, so ein Money Dance oder so machen? Bam, 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 bam. Ah, das ist doch mal ein cooler Money Dance. Und immer das Kaltgetränk dabei, das hat sich noch nicht einmal verloren. Das ist mal Stil Charlie Famous Tictimer. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Ava noch als andere Famous Leute in Brookhaven sehen wollt, dann lasst uns jetzt einen dicken Daumen nach oben da. Wir sehen euch dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.